Wow, aber optisch soll es auf den ersten Blick wirklich so ausschauen, als ob das voll mit Erde wäre. Dann ist eh schon voll, oder? Wollen Sie ein Glas Sekt mit uns trinken, zur Eröffnung? Ganz lieb, ganz lieb. Ein bisschen Körperspannung und lass uns mal ordentlich vorbaumeln, die Kieskanne. Wien wird wow. Haha, genau.